Und mit dieser erschwinglichen Sommermelodie, herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Wir werfen mit einem Blick ins Wetter. Thunderstorm ist approaching. Baby, this place today. Also sollten wir heute vielleicht nicht in die Mine fahren. Sie geht heute ein bisschen wandern. Pass auf dich auf. So. Oh. Achso, man kann auch Stoff gewinnen aus einer Zeitung. Okay, das wusste ich gar nicht. Das soll mir ja ganz recht sein. Oh man. Oh man. Okay, heute schaffe ich nichts anderes. Heute wird nichts anderes geschafft. Alles ist ready. Alles passiert irgendwo. Nope. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist der schon wieder alt? Der ist schon wieder reif. Da ist Trüffelöl. Davon möchte Luis noch eins haben. Kann er gerne kriegen. Neun, die Blaubeeren sind auch reif. Dammit. Heute wird also richtig nochmal Kohle gescheffelt hier. Vor allem verbrauch ich dann heute richtig Zeit. Da muss man sich ja richtig ranhalten, dass man das alles schafft. Oben der Meister ist auch ready. Und nicht nur von Glück reden, dass man selber keinen Bauernhof leitet. Ich glaube, der hat den Stress nämlich regelmäßiger. So, jetzt die rote Beete. Äh, Radieschen sind das. Pop, 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 pop. Alle Radieschen raus aus der Erde. Ich muss überlegen, was ich dann da neues anpflanze. Mäus, Mäus, Mäus. Lecker, Enchiladas. War das Enchiladas, was ich meine? Ich glaube, ja. Tacos sind, glaube ich, auch was Mais. Halt. Okay, Sichel her. Sie, 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 Sichel. Ach, echt jetzt? Ach, Mensch. Das Inventar ist aber auch so schnell so zugemüllt. Habe ich irgendwas für hier? Äh, ne. Hier kommen die Steine rein. Naja. Die Steine kommen hier rein. Äh, die. Äh. Wartet, 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 wartet. Ich bin gerade ein bisschen... Der Müll. Der Müll. Kann man die Fackeln schnell noch mitnehmen. Die Fackeln. Und Bait noch schnell mitnehmen. Der Bait. Halt. Ähm. Achso, der Schleim kommt nicht mehr hier rein. Deswegen habe ich den in der Tasche. Das hier. Das hier. Das hier. Das ist das Gemüse-Ding, gell? Ähm. Äh, ne. Das ist Frucht. Frucht, Frucht, Frucht. Das da. Das da. Und dann das da. Davon. Verkaufe ich jetzt mal keins. Ähm. So. Und hier hebt man quasi auf. Zack. Passt. Dann schneller runter. Achtung. Ich weiß, es ist jetzt nichts Goldenes. Und das gehört dann damit eigentlich nicht da rein. Aber das Trüffelirr ist so wertvoll für mich, dass ich das quasi einfach dort lasse. Dann brauche ich irgendwas Neues. Ähm. Ich habe noch Radieschen. Okay. Wie lange brauchen die? Sechs Tage. Das schaffe ich noch. Natürlich ist das klar, dass jetzt irgendein Wein noch fertig geworden ist. Oh. Nicht genügend gehabt. Naja, mach ich so. Ein paar Felder werden wir eh wieder einstürzen. Aber was soll's. Ich sage mal, was soll's. Beiß halt neu an. Hallo. Aha. So. So. Und gleich nochmal neu ausgesät. Das ist dann eher auch die letzte. Wenn noch eine schaffe ich nicht. Von daher... ...habe ich glaube ich gar nicht genug Samen, oder? Doch, sieht gut aus. 70 habe ich noch. Hätte ich da nicht vielleicht lieber noch mehr Mais anpflanzen sollen? Hm. Ich weiß es nicht. Okay. Auch meine Blaubeeren sind auch fertig. Dann nehmen wir die auch noch mit. Nicht Glück gehabt, kommt nochmal eine Blaubeeren-Ernte. Aber... Was meine... Was soll's. Ich weiß nicht, wie viele Blaubeeren das sind. Lächerlich viele. 300 waren das immer ganz knapp, ne? Na, hallo? Was sollst du hier nicht blocken? Schnell das Werkzeug gewechselt, dass da nicht immer Zeit mit der Block-Animation verschwendet. Plop, 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 plop. Wie das klingt. Hey, bleibt alle hier. Springt nicht so weit weg. Die sind aber echt nah an den 300. Ohne Mist jetzt. Ähm. Orange und Pfirsichwein. Ich setz einfach mal Blaubeere an. Oh, hier ist ja... Stillstand. In der Hälfte der Fässer. Nein! Mensch. So. Ähm. Passt. Ach, ich habe schon seit 100 Jahren nichts mehr eingelegt, ne? Hm. Dann hole ich das doch gleich mal nach. Das ist Gold. Das ist... Oh. Das kommt da nicht rein. Der kommt hier noch rein. Den Weizen nehme ich einfach mal komplett auf. Obwohl, der ganz schlechte kann weg. Ähm. Dann habe ich noch ein bisschen Weizensamen. Pop. Dann haben wir hier Weizen. Blaubeeren ohne Ende. Was haben wir denn hier für ein Wein? Orangenwein. Da habe ich schon 10 Flaschen. Weg. So. Louis kriegt dann gleich noch sein Trüffelöl. Ich habe hier neu ausgesät. Ich habe das, 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 das. Viecher fählen noch. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Grüße. Ihr seid die Besten. Wie nur hier oder wie auch immer. Passt. Braune Kuh. Wo ist die zweite braune... Ah. Gucken wir mal bei der Ziege. Ja. Dann ist das hier die zweite Ziege. Du bist eine weiße... Okay. Hatte ich die weißen Kühe gerade schon. Man, du Ente. Ne, die hat einfach nicht. Okay. Ich hätte das Gehege eindeutig trennen sollen. Hier ist ein Gewusel. Geht ja gar nicht. Dadurch versuche ich halt ständig die Enten und die Hühner zu melken. Ne. Hätte ich besser machen können. Aber na gut, es funktioniert. Also was soll's. Hallo. Mal kurz hier durchgucken. Dann hab ich ja noch ein Gebäude mehr, was ich untersuchen muss. Ei, ei, ei. Okay. Da ist jetzt ein Schleim gehätscht. Ähm. Ach so. So. Gucken wir mal, was daraus so wird. Ich muss noch zu dem. Ich muss noch da hin. Ich muss noch das machen. Den Weg wollte ich auch noch fertig bauen. Hab noch eine ganze Menge vor heute. Mit Pech abkomme ich damit nicht zu Louis. Ei. Wolle. Hab ich noch irgendwas hier drin? Ei und ne Milch. Ei ist jetzt eher nicht so günstig. Ähm. Auf zu Louis. Huch. Habt ihr das grad gesehen? Das Bild hat sich ganz komisch verschoben. Was wollte ich sonst noch machen heute? Ähm. Halt. Los. Stopp. Also auch die Gartenarbeit. Das ist Narbi von mir. Und ähm. Vor allem im warmem Wetter. Das ist sehr angenehm. Aber das Trüffelöl. Was ist das Öl? Lass mich mal sehen. Boah. Hohe Qualität. Sehr schick. Danke. Gleich mal zwei Herzen. Da ist er echt happy. Und ich krieg, äh. 750 Gold für. Kann ich eigentlich zufrieden sein mit, ähm. Ein Aquamarinen. Nehmen wir erst mal an. Müssten wir eigentlich noch da haben. Irgendwo. Denke ich. Einmal wieder zurück. Machen wir halt ein bisschen Quests für die Bürger. Einmal gerade durch. Runter vom Pferd. Aquamarinen. Ich fahr gleich mal hoch an die Mine. Da muss ich's quasi nicht selber machen. Also nicht, äh. Nicht reiten und so weiter. Das belohne noch eine Frucht. Nicht, dass die großartig fiel. Naja doch. 240. Aha. Von hier nach unten. Nach drüben. Oh. Und den Slime Charmers Ring. Ich muss vor um 10 unbedingt da sein. Den wollt ich ja auch noch holen. Ja. 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 Nicht vergessen. Ja. Ich hab deinen. Ähm. Deine Nachricht gelesen. Hier ist was ich dir schulde. Hier und. Bei den. Das ist da auch wieder so eine Schweinesorte. Hat man doch schon. Abgeklärt oder? Hier und. Durch den. Morgennebel. Wandern. So was sind die wahren Geschenke. Oder die wahren Schätze des Lebens. Wenn man quasi. Die Natur in ihrer. Ganzen Schönheit betrachtet. Was gibt der mir dafür. 500. Ja. Den auch mal direkt auf zwei Herzen. Das pusht schon ziemlich gut. Wenn man das halt regelmäßig macht. Mit den. Mit den Geschenken. Muss man einfach mal so sagen. Hey. Gehl. Wach auf. Wir haben einen Besucher. Ja. Was ist ein Besucher. Und Vampir Ring. Okay. Den hatte ich irgendwann mal. Und den Slime Charmers Ring. Der ist halt sehr wichtig. Ganz ehrlich. Da habe ich lieber so einen Vampir Ring. Den Slime Charmers Ring. Der kommt in die Kiste. Bestimmt euch die Fledermäuse. Äh. Insects. Beds. Genau. Slimes. Broid Spirits fehlen noch. Skeletons fehlen noch. So ein paar Dagi Würmer fehlen noch. Und ein paar ganz wenige Dust Spirits. Hier ist nichts dazu gekommen. Oder? Ne. Ne. Auch keine besseren Stiefel. Oder sonst was. Sehr gut. Haben wir das auch noch? Äh. Ich fahre zurück. Denke ich. Obwohl wir könnten die Time nutzen. Ich bin jetzt einmal hier. Ja. Fangen wir halt ab hier an. Vielleicht noch so ein paar Duggies zu finden. Und ein bisschen Backen. Das kann ja auch nicht schaden. Haben wir nicht allzu viele Duggies gefehlt? Wir probieren das mal. Oder eigentlich würde mich mal interessieren. Bläh, 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 bläh. Wie macht man das? Der Vampir Ring kommt jetzt erstmal weg. Weil ich jetzt wissen will, wie der Ring funktioniert. Ah, die können einfach gar keinen Schaden mehr machen. Okay. Das ist natürlich Hammer. Wenn ich mich jetzt mal treffen lasse. Hm. Dann kriege ich die Energie wieder. Der Vampir Ring wird auf jeden Fall sehr nützlich sein. Steine sind immer gut. Kann ich dann später Treppen draus bauen. Obwohl ich glaube, dass ich mit Bomben einfach schneller bin. Dann habe ich jetzt gerade kein Glück hier. So ein paar Griechenwärmer zu finden. Oder wie. Nein, entfestet. Moment. Dann machen wir das dann einfach so. Dann könnte mich mal... Äh, halt. Dann machen wir das einmal mal so. Und dann funktioniert es doch, wie ich mir das so gedacht habe. Ich stelle den oben ins Inventar. Okay. Einen Schaden nehme ich trotzdem manchmal noch. Aber ein Schaden ist ja nix. So. Noch ein schönes Stückchen Fleisch. Oh, irgendwie so ein Messerchen. Das kommt gleich wieder weg. Damit will ich mich jetzt gar nicht beschäftigen mit so einem Messer. Fiber müsste ich auch mal wieder mitnehmen. Lange keins mehr gesammelt. Weil halt unten auch keins mehr wächst. Oh. Nice, ein Wurm. Oh, wieder entfestet. Das gibt Schleim. Schleim ist gut. Weil Schleim gibt Eier. Und das gibt Eier. Das ist besonders gut. Weil ich die dann nämlich vervielfältigen lassen kann. So. Weil... Weil... Achso, wahrscheinlich ganz oben. Ja, genau. Hier unten drunter direkt. 29. Kleines bisschen geht da noch. Schade, kein Dagi. Hier ist noch ein guter Stein. Ja, ein bisschen Kupfer kann nicht schaden. Auch wieder keiner. Hallo. Also nach und nach wäre halt mein Ziel auch diese Quests dort quasi abzuschließen. Heißt, wir gehen dann explizit in Gebieten farmen, wo es halt die Gegner gibt, die ich brauche. In dem Fall sind das eben diese Würmer aus der Erde. Zwei, drei brauche ich davon ja bloß noch. So viele waren es ja gar nicht. Und da ist noch ein Kupfer. Eigentlich bräuchte ich jetzt mal noch einen Weg nach unten. Irgendwann. Irgendwo, bitte. Hallo. Na, komm schon. Hallo. Weg nach unten. Toll, da kriege ich wieder gleich. Schade ja auch keiner von diesen kleinen Würmern. Ich habe ja eh kaum Steine, ne? Das war ja so das Problem, weil ich die halt alle für diese Slimehatsch ausgegeben habe. Ich muss nicht sehr viel mit Bomben arbeiten. Dafür brauche ich Eisen und Kohle. Im Prinzip ja nicht das Problem. Schade, auch keiner. Na gut. Dann machen wir uns jetzt nach Hause. Ja, 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 genau. Du hast es erkannt. Oh, jetzt kommt da doch noch einer. Dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. Oh, in die Query würde ich auch mal gerne wieder. Nein. Falscher Punkt. Der Bus steht auch immer offen, ey. Die lassen alle ihre Türen offen. Das scheint hier so eine Krankheit zu sein. Einsertieren etc. pp. Mache ich dann morgen. Schaffe ich jetzt... Halt! Ah, die gehen ja eh nicht raus von alleine. Es regnet morgen und es donnert und bla, aber die gehen ja eh nicht raus. Das sind ja clevere Tiere. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Halt. Oh, ich hab einen Jungen bekommen. Yay! Ich hab einen Jungen bekommen. Wir nennen ihn... Ähm... Schauen. Ja, ist halt einfach irgendwie ein schöner Name. Keine Ahnung. Zack. Und... Alter, 40.000 wieder gemacht. Ähm... Ich mach mal hier noch nicht Ende, falls irgendwie eine Zwischensequenz kommt oder sowas. Äh... Nö, das war's. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.